Na ihr Süßen, jetzt seid ihr wohl munter geworden? Ja, jetzt seid ihr munter geworden. Und Mutti hat euch noch nichts zu fressen hingestellt. Eure Mama ist jetzt draußen, aber für euch ist das noch zu kalt. Aber ihr seht, wir entwickeln uns gut und werden auch schon langsam immer frecher und wir können auch schon bellen. Jedenfalls machen wir uns spitzenmäßig und bald kommen wir uns ja besuchen. Na da, da müssen wir dann hinterher Taschenkontrolle machen, dass ihr noch alle da seid. Da braucht man den ganzen Tag keine andere Arbeit mehr. Na du, kleine Rollenmaps. Es ist so herrlich, wenn die spielen. Ja, ihr werdet langsam frech. Die erkunden schon ihre kleine Welt. Das wird auch immer mehr. Und das nächste Mal, da werdet ihr sehen, da sind wir noch mobiler und noch frecher. Da hängen wir dann der Mutti nur noch an den Zähnen unten dran, an den Hosenbeinen. Na seht ihr? Ihr seht, wie schnell die Entwicklung vorangeht. Richtig schnell, eigentlich viel zu schnell. So, und Wasser trinken wir nämlich auch schon. So, nun macht's gut. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ja, ich weiß. Ich könnte jetzt noch eine Stunde weiter füllen. Kleine Rasselbande. So, und tschüss, bis zum nächsten Mal.